Das Figurentheater Chemnitz hat gemeinsam mit dem Verein Asa FF das digitale Live-Theaterstück Wandertag im Weltraum während des ersten Corona-Lockdowns entwickelt. Und das Besondere an unserem Theaterstück ist, dass man das überall erleben kann, im Klassenraum oder auch zu Hause beim Heimschulen, wo die Schüler sich ja gegenwärtig auch wieder befinden. Und wir nehmen die Schüler mit und gehen mit ihnen ins Gespräch. Und zwar gehen wir mit ihnen auf die internationale Raumstation ISS. Und dort schauen sie zusammen mit einer Wissenschaftlerin und einem Alien herab auf die Erde und können entdecken, was man da entdecken kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017